Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges. Wir greifen an. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl. Goliath bereit zum Einsatz. Befehl im Dram. Kontakt in der Gasse. Heiß! Erkippenschlag näher sich. Augen auf, Team. Feindeinheiten nähern sich. Da kommen sie! Aufpassen! Volle Deckung! Feindbrochen im Luftraum in der Nähe. Feindziele ausgeschaltet. Nachladen, falls nötig. Schwere Meshs geordnet. Der Feind nutzt Tartechnologie. Feindbooster kommen. Gut gemacht, Männer. Nachladen und nochmal versuchen. Bestellte Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition vor und erhaltet früheren Zugang. Doppelte XP, zwei Bonuswaffen und das Advanced Arsenal.